Ich lerne Deutsch. Nummer 8315 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Welche Erfahrungen hast du im internationalen Geschäft? Welche Erfahrungen hast du im internationalen Geschäft? Mutter und Tochter schauen sich gemeinsam Fotos in einem Fotoalbum an. Die abenteuerliche Reise beginnt mit einem Sprung aus einem Flugzeug. Die abenteuerliche Reise beginnt mit einem Sprung aus einem Flugzeug. Die abenteuerliche Reise beginnt mit einem Sprung aus einem Flugzeug. Wie beurteilst du die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen? Wie beurteilst du die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen? Geduld ist eine wichtige Eigenschaft erfolgreicher Schachspieler. Geduld ist eine wichtige Eigenschaft erfolgreicher Schachspieler. Geduld ist eine wichtige Eigenschaft erfolgreicher Schachspieler. Heute stelle ich euch ein neues Projekt vor und gemeinsam entscheiden wir, wer welche Aufgaben übernimmt. Heute stelle ich euch ein neues Projekt vor und gemeinsam entscheiden wir, wer welche Aufgaben übernimmt. Sei nicht enttäuscht, wenn du nicht gleich einen Bestseller schreibst. Sei nicht enttäuscht, wenn du nicht gleich einen Bestseller schreibst. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wenn du nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.